Nummer 5. Dieser ultrakompakte und leichte Kinderwagen ist perfekt für Stadtliebhaber und Reiselustige. Das atmungsaktive Gewebe sorgt für optimalen Komfort für Ihr Baby, insbesondere an heißen Tagen. Trotz seines ultrakompakten Designs enthält es zwei Einkaufskörbe. Zusammengeklappt passt der Kinderwagen selbst in engste Räume, wie zum Beispiel in eine Hutschachtel eines Flugzeugs. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Dieser von 6 Monaten bis zu dreieinhalb Jahren einsetzbare Stockkinderwagen ist ein sehr klassisches Modell, besonders interessant wegen seines sehr niedrigen Preises. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3. Dieser leicht zu handhabende, faltbare Kinderwagen-Arc hat die Besonderheit, dass er dank seines Babysicherheitssystems und seiner 180-Grad-Kippfähigkeit von bis zu 25 Kilogramm Babys von Geburt an aufnehmen kann. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 2. Ausgestattet mit einem Fünfpunktgurt, der mit einem Überrollbügel ausgekleidet ist, bietet dieser Kinderwagen alle Sicherheitsvorkehrungen und eine vollständig zurückgelehnte Neigungsmöglichkeit, die für improvisierte Nickerchen durchaus willkommen ist. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Dieser Kinderwagen, der sowohl für Kinder als auch für Eltern bequem ist, lässt sich im Handumdrehen, auf Knopfdruck und vor allem in einer weniger üblichen kompakten Größe 49 x 53 cm, zusammenklappen und öffnen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden.